Hey, schön, dass du heute wieder bei meinem aktuellen Video hier auf YouTube dabei bist. Wir werden uns heute mal anschauen, wie Sprache lernen auf eine sehr einfache Art unglaublich beschleunigt werden kann und vor allem, wie du dir viel Disziplin sparst. Denn es sind tatsächlich zwei ganz einfache, individuelle Ansätze, die du übrigens in jedem Bereich des Lernens einsetzen kannst und deswegen bleib dabei und sei gespannt. Ja, ich habe dir wie immer einen Blick auf meinen Monitor hier vorbereitet und wir werden uns einfach mal anschauen, was denn zum Erwerb einer Sprache nötig ist. Also der erste Teil ist natürlich, wir brauchen Bilder, denn ohne Bilder in unserem Kopf können wir gar keine Audiocodes verknüpfen. Also wenn ich nicht ein Auto vor mir sehe, also diese Kiste mit vier Rädern, dann kann ich das gar nicht verknüpfen. Also das heißt, als Muttersprachler in Deutsch verknüpfe ich dann mit Auto, als Engländer oder Amerikaner würde ich Car verknüpfen, als Spanier Coche, als Italiener Machina und so weiter. Und ich brauche diese Bilder und den Audiocode in einem gewissen Kontext. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was für unser Gehirn so wichtig ist, wenn wir eine Sprache erwerben. Denn damit das Ganze gehirngerecht wird, ist natürlich diese Dreierkonstellation erstmal wichtig. Ja, deswegen funktioniert zum Beispiel Wörter auswendig lernen einfach nur sehr schwer. Klassisches Vokabeltraining, weil dann habe ich zwar vielleicht ein Bild, aber ich habe vielleicht auch ein Audiocode, aber manchmal eben nur Texte, aber mir fehlt der Kontext. Also ihr seht schon, das ist so eine Dreiheit, die ganz wichtig ist, insgesamt begriffen zu werden. Aber die Dreiheit alleine, die reicht tatsächlich auch noch nicht, weil wir brauchen für einen schnellen Lernfortschritt zwei einfache Dinge. Die erste Sache ist, wir brauchen Aha-Effekte. Also das heißt, in dem Moment, wo ich neugierig bin, also ich nehme mal neu weg und nehme gierig raus. Also wenn ich gierig danach bin, die Information wirklich zu kriegen, weil ich zum Beispiel eine emotional aufgeladene Story höre. Also eine Emotion, die mich bewegt, wo ich wissen will, hey, was passiert hinter der nächsten Ecke? Und das lösen wir bei Funplay eben genau über so eine Story. Wir geben dir eine Geschichte, wegen der du weitermachst. Also es geht gar nicht darum, dass du weitermachst, weil du Englisch oder Spanisch lernen willst, sondern es geht darum, dass du wissen willst, was passiert denn in der Story. Und das ist ein Aha-Effekt. Jeder, nach jeder Kurve kommt ein Aha-Effekt und du denkst, ah krass, super Story, gut geschrieben, so geht's weiter. Aber diese Aha-Effekte alleine sind auch noch nicht die Lösung, denn in dem Moment, wo wir diese Neugier befriedigen, also wo wir diese Gier nach was Neuem haben, dann reagiert unser Gehirn mit einer ganz, ganz einfachen Sache und die heißt Tempo, Tempo, Tempo. Das heißt, wenn du neugierig bist, wenn du Aha-Effekte hast, dann willst du mehr davon. Also das kennst du vielleicht von einer spannenden Serie, die du bei Amazon oder Netflix anschaust. Du kannst gar nicht warten, bis die nächste Serie aus der Staffel wieder kommt. Du willst Tempo, du möchtest wissen, was ist da los. Und genauso ist es mit dem Lernen. Wenn du Freude hast, wenn du Spaß hast, dann willst du nach den Aha-Effekten Tempo. Also du kannst nicht rumsitzen und warten. Du brauchst beim Lernen Wiederholung und zwar jeden Tag. Das ist der Grund, warum es in der Schule und in der Erwachsenenbildung so zäh ist. Wenn du einmal in der Woche am Freitag deinen Englischunterricht hast, dann hast du bis dahin schon wieder alles vergessen. Ich werde mal ein eigenes Video zu den Lernkurven machen. Da gibt es ganz klare, eindeutige neurowissenschaftliche Studien dazu, die genau zeigen, wie schnell wir was vergessen. Also das heißt, einmal in der Woche ist viel zu wenig. Du musst jeden Tag einfach damit arbeiten. Und das Interessante ist, dass wir das über den Neos lösen. Tempo heißt einfach den Neos tragen. Und dein Gehirn verarbeitet jeden Tag Spanisch oder Englisch oder was du eben gerade so lernen möchtest. Und damit befriedigst du dein Gehirn in der Wissensaufnahme. Und das macht dieses Feuerwerk, dieses Konfetti-Feuerwerk in deinem Gehirn. Das heißt, wenn du mit Funplay startest, dann will dein Gehirn diese Informationen wirklich, wirklich aufsaugen. Also du brauchst dich gar nicht disziplinieren, sondern die Kiste läuft einfach. Und das ist Sprachtraining auf allerhöchstem Niveau angelehnt an die Art, wie wir alle unsere Muttersprache gelernt haben. Und da sind wir beim Punkt, Muttersprache war ein 100% Erfolgserlebnis. Und alles andere, wollen wir jetzt gleich darüber sprechen, ist für 97% aller Menschen eher die gelebte Frustration. Also von Erfolg ist da nichts zu spüren. Also, nimm dein Gehirn ernst, weil das ist das Organ, das die Informationen verarbeitet, das die Informationen überlappt, zusammenlegt. Und da ist völlig klar, nimm dir Aha-Effekte, arbeite mit hoher Emotion und dann gib Gas, Tempo, Tempo, Tempo. Das ist der Schlüssel für extrem schnelle und nachhaltige Lernprozesse. Ja, und wenn dich solche Themen interessieren, übrigens auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, dann abonniere unseren Kanal, drück auf die Glocke, dann wirst du kein Video mehr verpassen, das wir veröffentlichen. In der Regel kommt eins pro Woche. Ich freue mich schon drauf, dich im nächsten Video vielleicht wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, kleiner Tipp am Rande, hier unter dem Video findest du einen Link zu einem meiner Webinare. Ich halte sehr, sehr regelmäßig Webinare. Und wenn du sagst, krass, klingt für mich logisch, Aha-Effekte und Tempo, 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 dann schaue ich mir doch mal an, wie Funplay und wie Neos im Detail funktionieren. Einfach unten klicken auf das Webinar, schauen wir mal eine Stunde live über die Schulter und ich glaube, danach ist alles klar. Du wirst nie wieder auf eine andere Art, auch nur im Ansatz versuchen, eine Sprache zu erwerben. In dem Sinne, alles Gute, alles Liebe, dein Joshua.